Wir wollen Meister in Ranked erreichen und haben direkt am ersten Tag Diamond geschafft. Heute geht es weiter und wie weit wir kommen werden und was wir alles schaffen werden, seht ihr im heutigen Video. Viel Spaß! Creator Code? JoJonas. Und damit sind wir drin. Uns fehlen gerade 260 Punkte für den nächsten Ranked Startup. Ich will unbedingt den Dynasty Mike Skin ziehen oder die anderen Powerliga Skins. Eine Stunde erstmals hier am ersten Tag und Legendary Startup auch hier bei 6000. Auf geht's. Die Jessie können wir eigentlich ignorieren. Die ist ungefährlich ohne Chirrut. Deswegen gehen wir da jetzt mal weg und lassen die einfach ran. Die lassen wir ran. Die lassen wir ran. Hatte ich egal. Ich hoffe sie nicht, dass man die ran lassen kann. Das ist jetzt halt krass. Jetzt können wir die Station hinsetzen. Das ist mit Gadget machen wir eigentlich viel mehr Schaden als die, oder? Guckt euch das an. Das ist im Safe besser. Naja, das war schon im Safe besser. So, zack. Irgendwär easy raus zusammen eigentlich. Dann müssen wir schneller sein. Müssen wir schneller sein. Egal. Spike hier. Komm, grum. Jawoll. Ehrlich, also Spike ist doch jetzt eigentlich widerlicher Konter für uns, oder? Äh, gut. Wir killen ihn trotzdem. Aber eigentlich, oder? Rein logisch gesehen. Die Station ist hier hin extra. Nice. So wichtig. So wichtig. Wir haben auch echt das bessere Team, glaube ich, diesmal bekommen. Gadget. Sehr schön. Die muss Snipe machen. Hat sie jetzt nicht schlecht gemacht, aber bringt ihr jetzt wenig. Ja, schön. Schön. Let's go. Oh mein Gott. 2 zu 0. Direkt. Direkt gewonnen. 6 zu 1. Da ist wieder mit Grum. 0 zu 1. War okay. Ja, hat wahrscheinlich Schade im Tresor gemacht. Auch gut. Also eigentlich muss ich da Dauerschuss haben, praktisch, ne? Mal schauen. Surge down. Surge down. Schön auch für mein Mate. Habe ich gedeutscht bekommen. Sehr gut. Ist fast down. Ist down. Sehr gut. Ball nach vorne zum Mortis. 1 zu 0 Mortis. Oh nein, oh nein, oh nein. Was dachte er sich, dass er so scored jetzt ist, oder was? Ich check's nicht. Versuch's nur aufzuhalten. Ich hab's echt versucht aufzuhalten. Ne, egal. Ich hab das Hypercharge aufgeladen. Ult Hypercharge. Digga. Jetzt Ulti, Ulti. Ich hab Ulti, ich hab Ulti. Ach shit, ich hätte Ulti drücken sollen. Ich bin unsichtbar jetzt. Oh mein Gott, ich hab's ja aufgehalten damit. Spam grad richtig dumm den Ult-Button. Ah, nicht getroffen. Ich hab getroffen. Ich kann jetzt damit healen. Auch das ist sehr gut. Ball nach vorne jetzt zum Jean, bitte. Ich bin unsichtbar, der weiß es nicht. Ah, Tara Ulti. Einer muss es goren eigentlich. Warum? Mach doch, mach doch ruhig. Geil. Das war gut, der Pass, Junge. Ausgetrickst. Ausgepasst. Wie stark, Mann. Okay, wir müssen's, komm, wir müssen Brawbar gewinnen. Wir müssen Brawbar gewinnen einfach. Direkt der Dsch nach hinten. Kurz unsichtbar. Gibt's schön Dauerfeuer an. Gibt's schönen Dings. Junge, der macht einfach Jumpstar-Power. Das ist so weird die ganze Zeit. Das ist echt total weird für uns, zu spielen. Ah, ich muss ein bisschen besser treffen jetzt. E-on fast down. Ich kann mich jetzt unsicher machen. Das ist sehr gut. Jetzt haben wir eigentlich einen Riesenvorteil direkt. Ah, der rausgepullt aus mir. Oh, Digga, das war lost. Pass rüber, pass rüber, pass rüber. Nice. So gut gespielt von meinem Mate, aber auch. Geil, geht doch. Tara wird Ulti setzen. Pass auf, Tara wird safe Ulti setzen. Digga, meine Mates waren OP, waren die Mates dieses Mal. Komplett OP, hä? Wir sind ein Game für, äh, 4 Diamond 2 und vor dem nächsten Ranked Star Drop. Geil. Wenn ihr nichts verpassen wollt, wie es weitergeht in diesem Projekt und ob wir meist da erreichen werden, lasst natürlich unbedingt ein Abo da, um nichts auch in Zukunft zu verpassen. Vielen Dank. Oh, das war lost, sorry. Habe ich auch nicht hingeschaut kurz, oh mein Gott. Ja, my mate, ich hätte eigentlich auch schon killen müssen. Oh mein Gott, das darf nicht passieren, das wäre schon ein Freekill gewesen. Ja, das ist schwierig. Ich kann übrigens Ulten, Theo, ich Ult jetzt auch auf jeden Fall. Nice, wichtig, schön Ult. Er ist auch ganz schön reingelaufen, das ist gut gewesen. Ich darf mich halt von Brock nicht poisonen lassen. Oh Jesus, das ist schwierig. Ah, nee, da komme ich nicht raus. Ich habe noch getroffen, das bringt nichts, schade. Das Bike-Ult war nochmal eklig. Ja, man, die Junge, yes. Stark, 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 stark. Okay, diesmal bin ich von Anfang an konzentriert. Wir können halt aufulten, das ist nicht gut für unseren Edgar, deswegen macht es das mal nicht. Ja, das kann ich echt nicht wegen unserem Edgar machen. Was macht er denn jetzt? Schönen Ult haben wir. Hol den, hol den. Ja, ist okay, ist okay, wir sind eins gegen zwei jetzt. Wir sind eins gegen zwei damit, das ist sehr gut für uns. Das ist sehr, sehr, sehr gut für uns. Er hat Ulti, das zeigt er uns auch netterweise. Ich mache ihn mal schon mal auf. Das ist bei unserem Manny nämlich besser. Deswegen mache ich das. Das ist sehr gut. Das schieße ich mir so, dass er hier nicht weg kann. Ja, da haben wir es aber normalerweise schön. Manny, sehr stark. Okay, diesmal bin ich ein bisschen schlauer und treffe auch hier direkt und überrascht die hoffentlich vielleicht auch ein bisschen. Leider nicht, egal. Ich kann Curveball leider nicht dodgen. Wobei, irgendwie mache ich es gerade, ohne es zu können. Hä? Dann kann ich Curveball dodgen? Keine Ahnung. Eigentlich kann ich es nicht. Oh, das waren gute Hits. Das waren sehr gute Hits. Ja, let's go, haben wir. Geil. Wie habe ich gerade Curveball gedodged? Ich weiß, wie man es dodgen muss, aber ich kriege es normalerweise nicht hin. So ein Muster, wie man dodgen muss. Was hat unser Edgar bitte geplant? Ja, schade, ich muss aufpassen, dass ich jetzt hier nicht zu aggressiv gehe. Oh, Junge, der Lacke, Alter. Auch nicht der Lacke, sehr gut. Wir haben ein besseres Team auch, wirklich. Wirklich mal ein deutlich besseres Team hier, muss man wirklich auch mal sagen. Kann ich hier nochmal reinholten? Dann darf ich, dass wir hier aufmachen nochmal. Mal getroffen. Geil. Das war eine cleane Runde. Ich denke, ich bin Starspieler, oder? Ja, okay, nee, die Manny verdient 6. Ja, stimmt, die war auch verdient. 6-0. Das ist 99. Komm, 30 Punkte noch. 30 Punkte noch. Oha. Junge, was? Wie random, einfach Legendary Startup. Was? 1.000 Bling. Ja, ich denke, ich denke auch Bling. Skin sagen auch viele. Mal schauen. Ich weiß nicht, ob ich auch so ein Skin habe. Ich hoffe mal. 1.000 Münzen. Das ist das Schlechtes, was man kriegen kann. Leider egal. Weiter geht's. Wir müssen es schaffen. Wir müssen es schaffen. Wenn wir gewinnen, sind wir Diamond 2. Nice. Schon mal rausgenommen in den ersten. Shelly macht einen guten Eindruck schon mal hier. Hä? Geil. So, hier schon mal den Poco weghalten. Leider nicht richtig prudig. Leider ist okay. Die Shelly macht echt einen guten Job hier. Macht es genau, wie ich es sage. Links rausgenommen. Poco auch. So gut wie raus. Jawohl. Double Kill. Wichtig. Tabbot hilft jetzt seinem Mate hier wieder. Selber play. Nochmal direkt wieder gadgeten. Geil, Mann. Die strugglen so hart dagegen. Hab ihn dann gefahren. Hab ihn. Oh, die Runde ist gut von mir. Die Runde ist richtig gut von mir. Das kann ich kurz healen. Die Shelly spielt auch vor allem echt überraschend gut. Die macht es genau, wie sie es machen soll im Busch. Aber gut. Na, aufpassen. Spenden nochmal. Sieber auf Save gehen. Da ist der Freeze. Let's go. Let's go. Geile erste Lu-Runde. Ah, schönes Ding. Das muss eigentlich nur einmal in die Zone rein. Irgendwie checken die nicht, dass ich ein bisschen low bin. Egal. Sehr schön. Das schaffen wir jetzt aber wirklich. Das war eine sehr, sehr schöne erste Lu-Runde. Einfach hier schön reinschießen. Schon mal ein bisschen die Ulti aufladen. Genau. Poco schön getroffen. Und dann habe ich auch gleich schon die erste Ulti. Die kann ich jetzt auch direkt reinwerfen. Direkt hier. Gadget drücken. Oh. Na, gut. Das Spike-Ult. Ah. Weiß nicht genau, an wem es gerade scheitert. Also eigentlich, sage ich ehrlich. Jetzt geht's. Okay. Aber mir ist eigentlich solid bisher. Die Runde gemacht habe. Da muss halt in die Zone rein jetzt nur. Schlechte Hypercharge, oder? Ne, war nicht schlecht. Hab getroffen. Jetzt machen meine Mates die Runde. Jeff. Ab ihm. Ich darf halt jetzt nicht reinlaufen, weil ich bin jetzt halt gerade sehr, sehr low. Nächste Ulti werfen. Obstens. Hab wieder getroffen. Einer muss auch in die Zone. Hallo, einer muss in die Zone. Geht keiner in die Zone rein. Oh, die wissen, Hotzone. Hotzone. Hallo. Was machen die denn? Schlechte Ulti von mir. Ja. Ja, man. Shelly mit Hypercharge, wichtig. Schönes Spike-Ult dafür, aber ist okay. Jawohl. Ult gemisst von mir, ist okay. Ja, jetzt kann ich dir halt noch richtig Angst machen damit. Ja, die Ulti war übel gemisst, oder? Ja, ja, egal. Egal, bin ich gestorben, aber eigentlich ist es easy. Problem ist, Shelly müsste man in die Zone gehen, das checkt ihr nicht. Digga, du bist die 1, du kannst doch jetzt nicht im Busch stehen bleiben. Müssen wir doch checken auch. Oder ja, wir checken sie auch. Wollte schon sagen. Ja, Luba wieder broken. Oh, war das gut. 1% zwar noch, aber das war richtig schön. Let's go. Wir sind Diamond 2. Auf geht's, Leute. Wir stehen 16 zu 2 damit. 90.000 Damage. Die Runde war absolut krank. Und das heißt, wir sind zum ersten Mal Diamant 2. Und damit kommen wir hier zum Ranked Star Drop. Ja, Mann. Das ist 98.000, 5.012 reicht genau. Okay, was denkst du, kriegen wir aus dem Ranked Star Drop? Ich denke, du kriegst einen Skin. Aber ich weiß nicht, welchen. Ja, okay. Probieren wir es. Okay, 3, 2, 1. Oh, komm. Ich hab 100 Bling bekommen. Was sagst du dazu? Mist. Es ist Mist? Ja, es ist Mist. Schade. Okay, auf geht's. Wir gehen jetzt Richtung Diamond 3. Wir sind schon auf Rekordhöhe. Stu und Bell hier als Gegner direkt. Das müssen wir eigentlich holen. Das ist echt sehr, sehr, sehr lost die Kombi hier von den Gegnern. Oh, wie kann der nicht down gegangen sein? Ich hab so gut getroffen. Ich weiß nicht, hab ich den Stu als zweites getroffen. Ihr seht schon, wir haben ein wesentlich, wesentlich besseres Team. Ich hätte die Ulti sogar aufheben können, glaub ich, noch. Oh, die erste Runde ist so gut direkt. Wir haben echt Glück mit den Mates gehabt. Die sind richtig gut. Ja, ja, die sind richtig, richtig gut. Ja gut, dass ich jetzt bin, find ich jetzt auch nicht so nice. Aber ich glaub, er gibt auch gar nicht auf. Ich glaub, er spielt wirklich so gerade, oder? Ja, ist er schon fast down hier. Magiertet wichtig. Boah, Junge. Meine Mates sind insane als erstes, hä? Wie kann das so gut sein direkt? Die haben auch echt solid gepickt vor allem. Und die Gegner halt übel lost gepickt. Dann noch Power 9. Ich glaub, der Crow spielt auf Ernst so. Ist richtig gecheckt. Hab ich glaub, der... Der spinnt sich zwar, aber der will nur ein bisschen so tun, als ob er das aufgibt. Der gibt nicht wirklich auf. Das ist so insane. Alle drei... Also ich glaub, höchstens die... Die Bell ist nicht so lost. Ja, ich... Ich kann mir kaum vorstellen, was wir jetzt hier irgendwie verlieren würden. Dann schaut euch das halt an. Wir haben einfach die viel bessere Kombi. Boah. Die armen Gegner, hä? Das ist komplett insane. Die waren total OP, die Mates. Schaut euch mal die Stats an. 0 zu 4 alle drei. Unser Larry Lawyer vor allem. Krass. Larry Lawyer auf der Map ist gar nicht mal so broken, find ich jetzt persönlich. Aber vielleicht hab ich mich noch getäuscht. Wow. Bell noch am besten. Aber alle 0,4 ist schon hart, ne? Das ist halt ein bisschen eklig, wenn ich ehrlich bin, für mich. Nice. Ja, da gut gemacht. Ist eigentlich jetzt ein Tor, normalerweise. Nice. Ich glaub, der Browser-Pick war gut. Ich glaub, der Browser-Pick war wirklich gut. Schaut sich an. Alles richtig gemacht hier. Sind alle drei im Busch, jetzt alle geslowed. Oh, jetzt aufpassen aber. Oh, perfekt. Perfekt. Halte nach vorne, schnell, halte nach vorne. Hyperjus schon aktiviert. Ja. Ne, kann ja einer was sagen. Der Pick war gut. Wir haben so viel Leben mehr jetzt alle da durchbekommen. Einer muss halt am Ende was mit viel Leben picken. Und die Browser war sehr gut. Eigentlich mit dem Slow-Gadget was rauszuholen. Ah, nochmal Slow, nochmal Slow. Ich hab einige in Range. Das ist gut. Eigentlich zwei sind down von denen, so gut wie. Ah, war es das wert? Ah. Ne, da haben beide Mates das 1 vs. 1 verloren. Das hätte eigentlich gut werden müssen, weil ich hab zwei von denen sehr, sehr low geholt. Ich wollte halt auf ein frühes 1-0 gehen. Äh, Shelly total lost gerade. Sehr gut. Ich fass es nicht. Ich hätte niemals ein Tor sein dürfen. Ich hatte noch zwei von meinen Mates vorne dran. Das war wieder lost, leider. Schöner Versuch. Oh, nein. Oh, klingelig, ich hab mich das Gegentor. 1-1. Ah, vielleicht war es doch nicht so der Pick mit Arosa. Ich weiß nicht. Was hätt ich denn sonst nehmen sollen? Ich mein, dadurch haben immerhin Maisie und Tara 10k Leben. Aber Arosa ist eigentlich auf der Map auch gut. Also ich glaub schon, dass es okay ist. Aber Maisie und Dings müssen halt eigentlich viel mehr machen können. Maisie und Tara. Ich glaub, das Problem bei Big Friend ist es dann, dass der Tank natürlich Probleme hat. Wisst ihr, was ich meine? Der Tank hat die Nachteile. Weil er ja genauso viel Leben hat wie vorher. Die Carry Brawler sind dann diejenigen, die halt so viel Leben bekommen. Wisst ihr, was ich meine? Im Prinzip. Meine Mates müssen eigentlich carryen, weil die ja die Brawler sind, die viel mehr Leben als sonst haben. Aber machen sie halt nicht. Das ist, glaub ich, das Problem, das ich grad hab. The Lost. Schöne Ulti von Dings dafür. Ja, kann ich spawnen, kann ich spawnen. Wie viel Schaden der Karloch macht mit dem ganzen Leben, ne? Das ist insane. Ah shit, Hyperchart Shelly, gut. Kara schlägt zurück. Kara schön. Big Friend darf ich ab jetzt nicht mehr die Tanks nehmen. Die kriegen nämlich als einziges, und die kriegen als einziges keinen Buff. Das heißt, ich bin halt immer dann natürlich derjenige, wenn ich Tank hab, dass ich dann eben nicht der Carry sein kann. Das muss ich halt normalerweise sein. Ich probier's jetzt mal. Das muss eigentlich das Easy-Tor werden. Na, Easy-Tor wird's, glaub ich, nicht eventuell. Könnt' klappen. Aber war klar, dass es nicht klappt, ey. Ah, es ist so dumm. Es ist so dumm. Es ist so dumm, wirklich. Ich bin halt der Brawler, der halt einfach, die beiden müssen halt carryen. Guck mal, das ist ein 11.000er Leben. Tara müsst ihr überlegen. Überleg mal, wie broken die eigentlich ist. Ich versuch mal, den Ball nach vorne zu... Ah, hat er gut gemacht, hat er gut abgefahren. Ich bin halt wirklich übel bad gegen alle. Ist ja logisch, weil ich als einziges bin, der kein... kein... das Leben hier bekommen hat. Ich versuch's mal hier, die Ul zu nutzen. Komm. Komm. Nice. Es war Klatsch. Allnächstes Mal werde ich nicht mehr... werde ich nicht mehr den Tank nehmen. Das ist ja der Einzige, der dann... Das ist ja lost für mich gewesen im Nachhinein. Ob das die alle im Bus sind, dann slow ich sie. Hey, oder? Digga. Ich werde nie wieder den Tank nehmen. Das war lost. Ich sag, ich muss den Carry Brawler nehmen. Dann muss irgendeiner von meinen Mates den Tank nehmen ab jetzt. Okay, auf geht's. Hier gegen Leon, Bell und so weiter. Eigentlich am Anfang eher sogar ein bisschen defensiv spielen, weil... die offene Web uns ja dann entgegenkommt. Wisst ihr, was ich meine? Er macht einfach auf. Was ist das denn? Oh, gute Hits hier auf Leon. Oh nein, Junge. Junge, ich... Der war 2 gegen 2. Ihr dürft ja nicht sterben. Ihr dürft ja wirklich nicht sterben direkt. Ihr hättet keinen Nachteil. Der war 2 gegen 2, Digga. Was ist das denn? Hä? Warum? Wir hätten das auch noch easy gewinnen können. Ich hab jetzt hier noch keine Ultfiden eigentlich. Was soll ich sagen, Mann? Hä? Wieso? Egal, das ist auch eine Map. Mal schauen. Nur ein bisschen überleben müssen einfach. Ja, immerhin besser einhitten als keinen, dachte ich mir. Wow. Wow. Ah, gut, bin ich auch fairerweise gestorben. Ah, halt wieder die viel schlechteren Max, Alter. Bekommen. Schade, Mann. Egal, wir können es noch schaffen. Komm. Ich check's aber halt nicht. Die sterben halt innerhalb von wenigen Sekunden. Ja, okay. Sag ich ehrlich, war es aber lost von mir. War wirklich eine schlechte Runde. Also ich verstehe gerade nicht, wie ich die nicht kriegen konnte im 1 gegen 1. Ah, die Bälle ist auch irgendwie im 1 gegen 1 gerade einfach viel besser. Also ich muss es halt ehrlicherweise auch sagen. Ärgert mich auch. Ja, Gadget aktiviert. Ist nicht so viel. Ja, geht doch, Mann. Geht doch, Mann. Double kill. So, Leon ist unsichtbar wahrscheinlich. Ne, achso. Das ist der Richtige. Achso, wir dürfen die Ult nicht feaden. Also lieber jetzt schnell rausnehmen. Ich sag ehrlich, war ganz gut. War davor auch ein bisschen lost, leider. Das ist ja nie zu spät. Mal schauen. Was? Ich hab einfach gedacht, komm. Die wird nicht damit rechnen, dass ich einfach geradeaus gehe. Hat sie auch nicht. Boah, komm. Jetzt come back hier. Der Carry einfach, Leute. Der Carry. Da waren die Kills, die wir gebraucht haben. Was für Carry? Digga, ich hab zweimal den ersten Kill gemacht. Ich hab gerade drei. Hä? Natürlich Carry. Was denn sonst? Ich hab ihn zweimal in Überzahl gebracht. Danach war es ja leicht. Und überhaupt hab ich die Kills gemacht. Nicht von Bell hätten lassen, so sehr. Ich hab das Gefühl, dass jetzt wieder einer direkt früh stirbt. Oh je, ich bin das einfach. Ah, Mann. Die Runde ist einfach nicht gut von mir, Mann. Da darf ich auch nicht so sterben. Aber wenn wieder offen ist, ist wieder gut für mich. Das Problem ist halt, dass die am Anfang halt so gut rausnehmen können. Egal, komm. Ich hab das wieder. Das war jetzt wieder lost, leider auch von mir. Merchenspike macht eins gegen drei jetzt. Ah. Boah. Boah. Jetzt fast geschafft, ne? Jetzt muss ich kurz ruhig sein, mich konzentrieren. Das ist definitiv noch mehr als machbar. Sehr schön war von meinen Mates. Keine gute Runde jetzt von mir wieder, muss ich ehrlicherweise sagen. Ey, also das war wirklich meine Mates jetzt. Geil. Das war jetzt definitiv meine Mates. Übel stark. Komm. Schöne Hits auf Cold. Cold sehr low jetzt. Nicht hitten lassen. Dann gut zurückgedrängt jetzt hier. Wieder gute Hits auf Cold. Mach jetzt nicht die Ult hier lieber. Oh, shit. Bell getroffen. Leon darf halt keine Ult kriegen. Ich weiß halt nicht, wie weit Leon halt so Ult steht. Jawoll. Das war so entscheidend, ne? Yes. Yes. Aber ja, ging, ging, ging. Schau mal die Stats an. Ja, aber kommt schon. Starspieler, Meisterschaden, 7-4. Meine Mates, 4-4. Ja, war schon. Aber kein krasser Carry jetzt insgesamt. War okay. Battlegadget hat nicht getroffen. Sehr gut. Brock trifft mich auch nicht so weit. Schön. Okay, Surge kennt auf mich. Ich bin oben bei denen beim Tor. Na, ich muss mich ein bisschen zurückziehen, leider. Scheiße. Shit. Shit. Warte. Schön, ich habe Ulti. Was ist zu dir? Ach, scheiße. Jetzt gerade Weasel muss ich mich nicht gesehen. Was ist hier rüber? Nice. Puh. Komm, jetzt. Müssen wir gewinnen. Ungetroffen. Ah, schön gespielt. Schön gespielt. Okay, komm, 1-1. Nicht zu aggressiv für Master Search. Nicht zu aggressiv für Master Search. Ja, aber bald. Das ist nicht gut. Für, das geht dann doch. Für gehabt, ja? Ja. Gute gespielt. Echt denn? Schön. Ja, ich bin los. Ich weh den Surge zu sehr. Scheiße. Ich weiß, tut. Schön gespielt von euch. Nice. Haben wir, haben wir, haben wir. Pass. Schön. Stark. Okay, mal schauen, wie meine Sets waren. 4-4, ne? Habe wenig Schaden dann vor allem gemacht, ne? Abstand. Ich bin so ein Schaden, ne? 30.000 Schaden, das ist schon. Boah. Anderger. Wenig, ne? Ist okay. Immer nicht so oft gestorben. Hätte ich mehr, hätte ich offensiv, hätte ich mehr Schaden machen müssen, ne? Vor allem. Okay, komm, auf geht's. Simon 3, wenn wir gewinnen. Müssen wir es schaffen. Boah, Junge, dieses mythische Abzeichnen sieht so geil aus, ne? Komm. Komm, direkt Gadget an, haust direkt bei denen schön rein, dass die nicht mehr so viel machen können. So, andere Gadget, genau. Ja, sehr schön. So ist der Eingang direkt dicht, genau. Ich hab eigentlich ein bisschen die Zone erhalten, so weiter zur Trend zu gehen, okay. Brownstar hat nicht getroffen, sehr gut. Nice, bleib gut getroffen, richtig. Eingang wieder dicht machen. Ist okay, erste Prozent schon mal geholt. Ja, Heal ist natürlich von ihr, nerven. Ist okay. Na, schau mal, wurde jetzt klar, nicht egal. Geil, geht rein. Gut für mich. Muss gezielen, muss gezielen. Na, ist schwierig. Na, ist sauber, jetzt nicht unbedingt. Ah, doch, hab getroffen. Ja, Khaled ist auch Hypercharged, auch nicht so geil. Schön, Abislow. Schön. Ja, schön rausgenommen. Stark, 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 stark. Jetzt haben wir gute Kontrolle. Leider knapp getroffen. Ist okay, aber. Ah, ist mehr als okay noch. Nice, sie werden gut getroffen gerade. Hab wieder Ulti jetzt. Ich hab mir die Ult mal noch auf. Lass die hier gleich reinpushen, dann hau ich die hier voll rein. Das ist überraschend. Und ich hau jetzt Ulti. Nice. Wichtige Ulti. Eiklaut Nutzungsbedingungen, perfekt. Schöne Runde. Das ist eine richtig schöne Runde. Kann ich die Zone gut halten. Das ist so stark auch hier. Hä? Das ist wirklich mal gut. Ja, komplett dominiert als Hotzone. Keine Chance für die Gegner. Das war richtig stark, Jungs. Wenn wir das jetzt nochmal gewinnen, haben wir es. Ja. Oder zu 28. Entscheidendes Game. Wenn wir jetzt gewinnen, sind wir. Diamond 3. Okay, direkt wieder die Gadgets nutzen. Ich hab extra nicht plus 1 gemacht. Ich hoffe, das war die richtige Entscheidung. Das herläuft es damit sehr, sehr gut. Genau. Eingang wieder zu. Jetzt kann die Battle. Ah, war ein bisschen weit. Ja. Vielleicht ein bisschen arg weit hin. Die Pearl versucht reinzugehen. Ich mach meine nächste Gerte schon mal an. Ja, passt. Ah, nicht ganz sterben. Passt. Der wird wieder schön gesloatet jetzt hier auch. Ja. Gadget wieder sehr, sehr gut gewesen. Kann grad nicht ganz so gut halten. Genau. Ich hab jetzt nochmal ein Gadget rein. Nice. Gadget von ihm voll gemisst. Sehr gut für uns. Pearl nochmal getroffen. Pearl. Gut getroffen, Pearl. Also raus. Alles raus. Schön. Schön. Da passt alles. Geeks super cool gewesen. Das muss nur noch erhalten. Schieß ein bisschen rein. Halt die zurück. Schnellere Ult-Aufladung auch aktiviert. Pearl-Gadget aufpassen. Ult nochmal reingehauen. Schöne Ult-Rift auch gut. Ja. Stark. Das ist super stark auf der Back gewesen. Brauchen wir uns nochmal aufpassen. Muss nochmal zurückgehen. Habt ihr nächstes Ult. Jetzt müssen wir aufpassen. Zu Kontrolle nicht verlieren. Ich muss jetzt kurz healen. Ah, hat er gut getroffen leider. Habt ihr Ult reingehauen. Habt wieder gut getroffen, glaube ich. Ja. Ist so stark. Das war jetzt wirklich mal eine richtig starke Runde, Jungs. Geil. Hä? Das war die entscheidende. Geil, Mann. Das war mega souverän. Ja, 92%. Oh, wir sind Diamond 3. Ey, war auch mal wirklich eine Runde, wo ich auch mal wirklich gut mitspielen konnte. Mal schauen, wie die Sets waren. Ja, okay, fair. Der Schaden war nicht so krass, ne. Habt ihr schon mehr Schaden gemacht. Junge, Omega... Junge, ihr beide aber. Übel krass. Diamond 3, Mann. Plus 172 einfach. Wir gehen Richtung Mythisch. Und damit jetzt hier der Ranked Drop. Okay, ich will endlich den Dynamax-Skin bekommen. Bitte. Komm. Ich hab auch noch keinen Skin gezogen. Jetzt auch noch keinen. Ja, Save. Die Schoss liegt niemals bei 50%. Ah, okay, auf geht's. Die letzten drei oder vier Games für Mythisch, wenn wir gewinnen sollten. Theoretisch. Da ist direkt... Ich hab Aims auf meiner Lane. Wir können ja eventuell Lane-Switch machen. Dann müsst ihr natürlich sagen. Jetzt Speed genommen, warum auch immer. Ich muss jetzt Hardway rein. Also ich krieg nicht mal Spinnen. Ah, die Spinnen war nice. Die Spinnen war nice. Hab theoretisch auch die Ulti für die Ems theoretisch. Warum das hier nicht? Ich kann immer noch die Ulti auf die Ems jetzt auch immer werfen. Ich hab mir die Ulti mal auf für den Notfall. Ich muss die Ulti gar nicht setzen. Hab ich so. Nice. Hab nochmal Hypercharge. Ich geh nochmal rein mit Hypercharge. Wie vor euch. Nice. Muss ich jetzt auch gar nicht treffen. Ist gar nicht wichtig. Ich geh nochmal rein. Nice. Wir hatten gar keine Chance. Aber auch gar nicht mal so viel gemacht. Habt ihr gut gespielt. Schön. Schöne Kontrolle. Schöne Runde von euch auch wieder. Stark. Ja. Nice. Richtig Hypercharge schon mal rein gehen. Let's go. Haben wir. Schön gespielt von euch. Schön gespielt. Schön. Sau stark. Mal schauen, wie die Stats waren. Aber alle kommen mal 7 drauf von mir und mal ordentlich Damage. Ich glaub, die Runde war mal sogar ganz gut mitgeholfen. 180, weil zwei Games für Mütisch 1 nachher vielleicht Vision nehmen sollen. Egal. Du hast keine Vision genommen. Nein. Proof. Er ist los, ne? Braus noch im Busch oben. Schön. Hildische. Nein, low. Ja, wo ist Crow? Da ist er. China gleich kraft. Tot. Tot. Der ist ja übel reingelaufen plötzlich. Okay, nice. Jetzt müssen wir eigentlich nur zusammenhalten. Nichts mehr wassten. Auf den Raum. Das war's. Achso, das war's schon. Sehr gut. Soll ich mich direkt unsichtbar machen, ne? Oder erstmal ein bisschen chillen? Ich sag dir nicht mehr. Wie macht der Gadget? Jetzt unsichtbar oben rechts in die Mitte bei denen reinlaufen. Oben mit. So, ne? So, ne? Jupp. Oh. Oh, das haben sie sehr gut gemacht. Bin stot. Geen raus. Oh, boah. Naja. Schade. Nani, ich weiß nicht, wie ult war's. Hat gar nicht so gut scheinbar. Nicht auf Nani gehen sollen, oder? Hm, du hättest weiter außen im Busch reingehen müssen. Aber es war ein Lucky. Da rüber gesteppt ist und auch noch Ulti hatte. Also da waren schon unglückliche Zufälle dabei. Da ist kein mehr drin, Chef. Oh, Junge, 40 HP. What the fuck? Liebe Lucky. Ja, ist okay, ist okay, komm. Ist fast down. Oh mein Gott. Schade, schade, schade. Ah, ich hättest Ulti gehabt und Hyperchart. Ich bin wieder 4-Zer. Ich bin wieder 4-Zer. Ich bin wieder 4-Zer. Ich bin wieder 4-Zer. Nein. Ja. 1 gegen 1. Oh mein Gott, das ist low. Jump. Ich bin wieder 5-Zer. Ich bin wieder 5-Zer. Ich bin wieder 5-Zer. Okay, komm. Best auf 3. Boah. Ah, das ist halt kein Vision Up. Ist echt ein bisschen los. Ist doch egal. Ich bin wieder 5-Zer. Ich bin wieder 5-Zer. Jetzt chill, spielen sie uns an. Nice, nice, nice. Fokust einen zusammen. In dem Fall der Crowe ist zu aggressiv. Habt ihr ihn? Schön. Sehr, sehr schön. Aber wirklich, glaube ich, ist zu aggressiv. Ich heal es kurz. Das beide erstmal healen. Beide erstmal healen. Und dann holen wir uns den zusammen. Sehr, sehr schön. Schöner Carry, Chef. Jetzt können wir hier reingehen. Jetzt hier ein bisschen von unten. Genau so. Und jetzt zusammen. Das sind die... Du regst. Ausbau von einer Seite. Sehr stark. Komm, ein Kill. Ein Win. Eine Runde noch. Haben wir es. Bitte. Jetzt müssen wir es schaffen. Ich gehe noch nicht mit Ultis rein, direkt, würde ich sagen. Jean pullen, aufpassen. Jean pullen daneben, okay. Mein nächstes Gadget. Ich bin jetzt unsichtbar. Ich versuche... Er hat mich getroffen, leider. Ah, der sieht mich natürlich jetzt. Bin natürlich nichts. Oh, wunderschön. Komm, ich komm, ich komm. Hab Nani. Let's go. Lean. Das war schön. Okay, ey, bitte kriege ich jetzt auch nicht wenig Plus. Weil gerade eben habe ich ja minus 86 gedrückt. Bekommt es nämlich ein bisschen Angst. Doch, 151. Ein Game. Ein Game. Let's go. Okay, komm. Entscheidendes Spiel für Mythisch, Leute. Auf geht's. Wie gehe ich? Rechts links. Ich meine rechts jetzt, ne? Relativ... Du musst jetzt passiv bleiben, tatsächlich. Du bist kompletter Verteidiger. Okay, okay. Ich probier's. Danke für die Hinweise. Okay, toll. Weil wir jetzt jetzt halt nicht feeden. Okay, du bist ganz außen rechts, Jonas. Ganz außen rechts. Ja, ich komm. Die Pearl ist hier. Bin da, bin da. Nice, schön, schön, schön. Okay, pass. Schön. Schön. Ich weiß, ich fast finishen können. Schade. Schön gefinisht. Stark. Und ich balle jetzt irgendwo der unten vorhin. Oh. Nicht. Oh, wir sind besorgen. Mmh, ist okay. Ist okay. Ist okay. Nur 10%. Verteidiger. Wartend. Schütze noch zu Ulti, Jonas? Äh, ich hab erst die Hälfte. Etwa drei. Lass uns sein. Ich sorgte dafür, dass die nicht an den Resor kommt. Und ich mach den los. Okay, ich probier's. Nice. Gut aus. Sieht sehr gut aus. Klasse, gut. Jetzt immer wieder Hits. Ich hab gleich einen Bären. Den Bären hebe ich mir aber auf jeden Fall auf, ne? Hättest du gesagt, Herr Reiser. Ist okay, das Hypercharge. Achtung. Der öffnet jetzt. Ja, ich heal kurz. Ich heal kurz. Schön. Oh mein Gott, richtig gut. Die Jesse ignoriere ich. Die hat eh keine Ulti. Ich geh weg von der. Hab Ult. Jetzt kann ich mit Bären reingehen, ne? Ja, jetzt müssen wir. Ja, Schild ist an. Schild ist an. Jawoll. Jawoll. Hab noch Leon. Hab noch Leon. Ja, das ist GG. Das ist du. Das ist zu viel Prozentvorteil für uns. Das können wir nicht verlieren, meine Damen und Herren. Scheiße. Nice. Ja, ich hab jetzt den nächsten Bären. Ich hau nochmal rein. Gechillt. Jawoll. Stark. 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 Okay, ein Game noch. Für Mütig damit. Entscheidendes Game für Mütig, Leute. Wenn wir jetzt gewinnen, haben wir es. 1-0 führen wir auch noch. Hm, Jesse Milane geswitcht. Okay, interessant. Ich hab jetzt halt auch gar keinen vollfeed'n, ne? Sollte. Äh. So muss ich. Ich half hier ein bisschen. Okay, ich bin am Tresor. Sehr, sehr gut. Hab Jesse einen Hit gefeated? Ist aber okay. Okay, ich hab gut damage gemacht. Dann können wir zusammen easy rausnehmen. Ich will dir einfach Ult zu farmen, Jonas. Wir werden verteidigt. Bin gestorben, leider, aber lost. Egal. Nicht schlimm. Oh, Jesse. Aufpassen. Ist nicht gefährlich ohne Ulti. Ich geh gerade, ne? Ich hol die raus. Ja. Nice. Ist die beide gefehlt gerade? Ich glaube nicht, oder? Eines meines. Die beiden noch da. Nee, Jesse lebt, Jesse lebt. Scheiße. Ist okay. Schön, wichtig. Okay, ich... Okay, beide Seiten sind oben bei denen geöffnet. Ist sehr, sehr gut. Ja, ich komme jetzt defensiv. Hier. Ich weiß, das ist der Leon. Abfasst die Ulti. Ist gut. Ja, Jesse hat halt Ulti. Ich will den Bären defensiv nutzen, mach ich jetzt aber lieber nicht, oder? Nee, nee. Leon, komm mit Hy... Ja, ich bin da, ich bin da, ich bin da. Leon... Oh, das ist... Okay. Ich habe den Bären jetzt. Ich habe den Bären jetzt. War langs mit Hypercharge, ne? Fast, wie willst du ihn benutzen, wenn wir alle... Jetzt hoch. Ja, ja, ja. Ich komme, ich komme, ich komme. Ja, lieber lost. Hier hat man kackt. Hab sie. Haben wir. Haben wir safe. Jawoll! Oh mein Gott. Stark gespielt. Wirklich stark gespielt von euch. Fangen wir mal, ob wir meine Stats waren. Ah. Boah, Starspieler 3-2. Wahrscheinlich wegen den Bären. Geil. Nein, du wirst es nicht. Du hast keinen Liefen. Nein! Ich sehe es. Egal, egal. Schaffen wir. Egal, auf geht's. Komm, 20 Punkte für Diamond, Leute. Wir haben zwar alle 2000 Leben mehr, aber wir haben mehr Faden. Ja, wir haben auch ein kompletter Tank-Conter. Das Collette schon mal. Vor allem Dark natürlich sehr, sehr lost. Der Dark kann eigentlich nicht viel machen. Ich habe plötzlich nicht gefealed, leider. Ist nicht schlimm, ist nicht schlimm. Ist okay, ist okay, ist okay. Der erste Gadget. Ja, das erste Gadget. Nice, sehr schön. Nächstes Gadget. Zweites Gadget, ja, ist raus. Sehr schön, okay. Dann einfach von einer Seite zur anderen Seite. So, ich habe jetzt die Ulti. Ulti jetzt hier rein. Ja, sehr schön. Ich habe mich jetzt noch mal gut getroffen. Ich kümmere mich jetzt um die rechte Seite. Chef, push mit mir, damit ich die rechte Seite öffnen kann. So, ich mache auch noch mal auf. Ah, ne, ist nicht... Wir haben den Wander. Ja, ich sehe es. Ich habe ihn nicht ganz bekommen, Leute. Das ist natürlich jetzt bitter. Wir sind nicht gestorben, zum Glück. Okay, es ist 3-4. Es geht, es geht, es geht. Komm, 3-4. Hier ist offen. Nice, ja. Wir fühlen, wir fühlen, wir haben Bluster bekommen dafür. Ist gut. Ja, wobei, wir sollten nicht zurückdrängen lassen. Weil Open-Map können die nichts machen. Beim Duck nichts. Nice! Okay, wir haben den Freit. Ich benutze halte Schatz. Light Ulti. Schön. Far out one direct. Ist okay, ist okay, ist okay. Von oben. Leon kommt jetzt die ganze Zeit. Oh, was? Damage macht der Roll. Nice, ist okay. 15, 13, 15, 13. Okay, wir haben Bluster. Ich darf halt nicht sterben, ne? Ich darf nicht sterben. Ich habe Bluster auch. Nochmal rechts. Okay, jetzt sind die Seiten offen. Jetzt können die fast nichts mehr machen. Ja, passt einfach auf jetzt. 20 Sekunden noch. Ich habe Colette. Ich habe Bluster. Alles gut, ich habe Bluster. Dürft nur nicht sterben jetzt. Ich habe Bluster. 13, 15. Ich versuche, ihn wegzuhalten hier. Ich kann nichts machen. Ich glaube, ich kann nichts machen. Und dann habe ich. Start. Nice, stark, 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 stark. Oh, okay, genauso nochmal. Dann haben wir Mythisch. Wenn wir die erste Reihe bei denen weggebrochen haben und noch Lead haben, dann lassen wir uns nach hinten fallen und es wird bei uns alles. Naja, viel Freiraum. Okay, komm. Genauso wieder spielen. Ein Game für Mythisch 1, Leute. Auf geht's. Vielleicht direkt wieder auf der Seite hier aufgetaucht, tatsächlich. Interessant. Lassen sich beide gut hinten gerade. Sehr schön. Okay. Erst das Gadget. Hm, ich habe, glaube ich, das Gadget gemisst. Scheiße. Okay, Colette. Ich kann nichts dran laufen, egal. Leon unsichtbar, Leon unsichtbar. Kommt, Achtung. Leon jetzt immer noch unsichtbar, irgendwo. Also. Guter, Colette. Moin, schon. Oh, scheiße, schade. Junge, wie die Ulti daneben geflogen ist. Scheiße. Oh, schade, egal. Dem ist Bluestar. Ich habe jetzt eigentlich, dem hat es aufgerissen. Gut, ich esse. Hier, das ist mal. Ja, das ist eigentlich jetzt gut für uns, komm. Wir sind es nur nicht zur Seite zurückgeträngen lassen jetzt. Wie? Wir können jetzt pushen. Wir pushen, den den Spawnland sein muss. Ja. Oh, du hast Helperchurch. Gut. Ich krieg's den nicht ganz. Wir haben ihn, wir haben den Leon. Du kannst rauskommen. Nice, nice, nice. Ich gehe wieder zurück, ja. Jetzt müssen die kommen. Wir lassen die schön reinlaufen, immer wieder. Jupp. No, Leon holt auf. Halperchurch. Shit. Ich habe Leon getroffen. Da ist Leon. Scheiße. Shit. Er hat mies reingehauen. 6 zu 11. Sagst du was? Er ist wieder da, das gibt's noch nicht. Scheiße. Fieger. Der Leon nimmt nur so Leine. Leon wieder und Ulti müssen aufpassen. Kann nicht sein. Leon hat's irgendwie gemacht, die Runde. Wir können's noch holen, komm. Wir müssen Leon killen. Wir müssen Leon killen. Der ist hier rechts bei mir. Der ist links jetzt. Naja, der hat auch viel zu mir in der Zeit hoch. Oh mein Gott, aber das... Ah, okay, na. Nee, du dann nicht. Okay, komm. 20 Punkte. Weil du hättest sonst oben nochmal bei denen breaken können und dann hätten wir noch besser vergeben. Ja, 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 das ist gadget nicht fair. Ich weiß. Ich wollte nicht so nah in den Dark gefahren, das war lost. Hier kommt 20 Punkte jetzt. Schaffen wir. Chef, geh rechts. Also eine Spalte weiter rechts. Der Heal-Gage direkt abgemacht. Okay, soll sie machen. Schön. Sollte offen sein, ne? Ja. Wir haben Lust, aber ist okay. Ist okay. Leon ulti auch halt immer wieder. Lettuce hier. Der ist zu weit runter, der Leon. Chef, wir holen jetzt. Ja, ich komm, ich komm, ich komm. Ja. Dann nehme ich mehr raus. Hab gute ult gelandet, aber... Ne. Aber hat gut reingehauen. Oh, so lucky entkommen. Egal. Das war eins. Auch noch entkommen. Ich würde nochmal Gadget machen, wenn es geht. Ja. Ab Leon, wenn der ult. Sehr schön, sehr schön, aber auch... Ja, das ist gut jetzt. Jonas, hier hinten. Hier, stell dich da, wo ich bin. Stell dich da, wo ich bin. Jonas. Ja. Da aufmachen. Ne, hier. Da, wo ich stehe. Da, wo ich stehe. Genau da zu mir laufen. Ja. Und da Gadget drücken. Danke. Ich war es noch verkackt. Ich wusste nicht, wer redet gerade. Also für die Sekunde. Ich wusste nicht, wer gerade wer war. Sorry. Das war mein Problem gerade so. Hab der gut gedrückt. Es gibt es. Ich ist fast gestorben. Ich habe nächste Ulti jetzt dafür. Ich habe eine gute Ulti getroffen. Ich habe eine gute Ulti getroffen. Achso, okay. Wir führen 3-7. Wir führen 7-3. 7-3. 7-3. Ich weiß nicht, hat Leon Ulti? Ne, ne, ne. Leid aufschlossen. Leid Ulti. Hab ich. Sehr, sehr gut. 9-3 jetzt. Dürft ihr noch nicht sterben. Ich muss nicht unsichtbar gehen. Ich muss einen Dok ausholen. Da ist Leon. Ab Ult. Da. Ist okay, ist okay. Einmal nicht beide sterben. Oh, Achtung, Achtung, Achtung. Müsste es aber eigentlich sein. Jawoll. Schöner Kill nochmal. Gut gecallt mit Griff. Griff war sehr gut. Jawoll. Jetzt aber wirklich. Jetzt aber wirklich müthisch. Ist es das? Muss es ja sein. 6-3. 12-7. Schöne Sets haben wir hier. Und. Jawoll. Mythisch 1. Jörg, das war echt hart. Verdammt, Skinshotten. Ich bekomme einen Legendary Startup dafür, glaube ich. Ja. Oha, die Kampfkarte. Giftwolken. 1915 ist auch echt hilf. Boah, geil. Bist du auch mythisch, Chef? Ja. Hab Colette Starpower gezogen. Boah, geil. GG, danke. Oder eher euch, GG's natürlich. GG. Sehr, sehr geil. Leute, Legendary Startup, auf geht's. Und wir bekommen. Tausend Blink, Mann. Wie immer, wenn ihr mich supporten wollt, denkt natürlich gerne ganz rechts im Shop an creatorcode YoJonas. Und wenn ihr nichts verpassen wollt, inwieweit wir noch kommen werden, wenn ihr das nicht verpassen wollt, lasst natürlich gerne ein Abo da. Ansonsten danke für den kranken Support. Weiterhin wieder über 10.000 Live-Zuschauer heute. Und ja, da ist noch der Abschnitt verlinkt. Mal schauen, wie weit wir kommen werden in den nächsten Folgen. Bis dann, haut rein und bis zum nächsten Video. Ciao.